rein in den holz Wilson und ich Junge eine never ending story PAM Nein Sicherheit am Arbeitsplatz geht alle an auch dich mein sohn und dich und du auch so moin moin Freudanacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare und diesmal auf einer Map die ich noch gar nicht kenne. Rast. Wer rastet der rostet ja mein erster Abschuss auf der neuen Map darauf einen Dujardin da war doch einer mit tödlicher Präzision da ist wieder ein yes aufpassen verdammt Alter aber die Sprüche muss ich sagen kommen an die Sprüche im Battlefield nicht rein ja vorbei hallo und nachladen schade da ist er wieder vorbei hallo 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 trifft mich Spritze rein Magazin wechseln schon wieder oh ich habe nur noch sieben Schuss ja vorbei man mehr Kontakte das war ein Kummel das war er ja und dann haben wir ja das Ding raus hier und da kommt zapp dieses neue Fackel oh da hinten zeig dich yes yes Aua Spritze rein oh zwei Schuss habe ich noch dann wird es leider Zeit sterben zu gehen dann wird es leider Zeit sterben zu gehen in dem Fall noch da Wilson und ich Junge eine never ending story er fährt recht langsam oder was habe ich ihn schon beschädigt noch mehr da schießen zusammen den Hund hallo da ist Wilson guck mal wer kommt was ja Kuckuck ja Wilson hilft auch keine kein Behälter auf den du kletterst Wilson kommt über Wilson hallo Wilson Wilson hängt fest Wilson ist wieder fest gefahren nein schieß umgegibt nein schade Batterien aufgebraucht PAM aus tödlicher Nähe mit tödlicher Präzision er hat sich zu Tode gestürzt er hat sich zu Tode gestürzt Kummelblase bewegt sich was Alter da da bewegt sich was oh er bot sich ja regelrecht an er hat noch nicht mal verhandelt au ich möchte feilschen nein 18 Kills schon wie habe ich das geschafft eine Frage auf die auch die Wissenschaft keine Antwort finden kann keine Antwort finden kann ich unterstütze gar nichts ich denke nur an mich und meine eckeraften Fernabschlüsse die ich hier wahrscheinlich auch nicht bekomme auf dieser Map Lauf doch mal Junge wenn du in die Gänge kommst oh Hitmarker nein und vorbei weg war er da hat der ein Glück gehabt hat der ein Glück gehabt oh hier hier gibt es Tode zu spät zu spät wo hä Granate raus Granate kommt zurück irgendwie oh ich bin mitten mitten im Schlachtfeld nein Junge nein er duckt sich er liegt dahinter ich weiß es ganz genau sein Kumpel nein da rennt er mir vorbei da rennt noch einer und den hab ich getroffen sorry Froschemalz Froschemalz scheiße nein wo renne ich hin wie er runtergerutscht kann da renne ich mal hoch ob das gut geht ich weiß es nicht da ist einer hä hä was ist da los Kugel an dem scheiß Haken hier abgeprallt oder was ist da los Granate kommt Granate kommt nein sehr elegant in sich zusammengesackt man wir kann doch nicht ist das eine Möglichkeit sagt mal was das kann doch nicht sein oder das kann doch nicht sein todsichere Kills gehen wir hier durch die Lappen man oh nein nein ja er hat seinen Container nicht mehr lebend verlassen doch man wieder so ein todsicherer ja der war der war der war aber drauf der war drauf der war auch drauf yes 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 nein 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 ich hätte den Helm aufgesetzt wäre nichts passiert schade er hat meinen vierten Kill weg gemacht schade 26 Kills ja ist okay ist okay bin recht zufrieden gut Leute ich danke euch wie immer fürs zuschauen oder fürs anschauen das er sagt ist ja nicht kein Stream äh okay er hat vier Leute schnell weggemacht ansonsten ja gut bis zum nächsten Mal dahin tschüssi tschüssi bis zum nächsten Mal tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal